Du trollst doch. Bruder, bist du besoffen? Bro, der tooltet mich. Komm, Chat. Wo liegen die Runen? Noch ein Runenbogen, Chat. Einzelne Chat, wenn wir hier noch bis mindestens 2 Uhr Nacht machen sollen und noch einen Runenbogen Magic machen sollen. Ein Runenbogen Magic. Sieht so sick aus. Scheiße. Du spielst, als hättest du 5 Promille Karten. Sorry, dass du jetzt meine Wägen reich wirst, weil die dir jetzt vorne bist, dass du stirbst. Oh, Mechanism. 1, 2, 3, Tor. Bevor du den besiegst, kommt mein Vater vom Zigarettenholen zurück. Ihr Hurensöhne, ihr! Digga, der war gar nicht übel, Alter. Kleiner Tipp. Versuch mal, den Angriffen auszuweichen. Oh, 50.000! 50.000! Bro, der war safe viel zu früh. Also, den soll man bestimmt viel später machen, Digga. Holy shit, Mann! Das Tuberiol zum Sterben ist echt der Dill getreu. Also, ich glaube schon, dass man den echt später machen soll, oder, Chad? 50k, Alter. Heilige Möhre. Das knallt. Hammer, Hammer, Hammer. Geiler Boss. Geiler Angriffsmuster. Kann man gut wegrollen. Ich hab mir dann, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, Chad, ich hab dann immer zwei weniger gemacht, als ich vielleicht durchbekommen hätte, weil ab und zu tut er so einen richtig schnellen Schlag mit einbauen. Und wenn er mich damit nicht trifft, kann er mich eigentlich gar nicht, äh, ja, kann er mich nicht, äh, Wanted-Kombonen. Geil, hat richtig Bock gemacht. So lieb ich das. Boah, zwei Stufenaufstiege hier. Komm. Weisheit auf 40 und Kraft jetzt langsam mal. Wir müssen mal, äh, unser Leben höher bringen. Brauchen Leben, Leben, Leben. So, Arzneimischung wieder ändern. Wieder das mit dem Schild, zack. So. Hier geht's jetzt wohl in die Burg hoch. Jetzt guck ich noch da unten. Hier unten. Will ich jetzt noch wissen, wo es dahin ging. Alter, das hat so Spaß gemacht. Klar hab ich jetzt ein Weilchen bei dem Boss gehangen, aber das macht einfach Bock. Das macht einfach Bock. Geil, 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 geil. Klar hätte ich den erst später machen können oder ich hätte eine Beschwörung reinholen können, aber so hat das doch Laune gemacht. Und by the way, glaube ich, Chad, wenn man hier das, hier die Luft benutzt, dann skippt man den Boss sogar. Also man muss den nicht mal legen. Fühl ich den Call. Fühl ich den Call absolut. Alter, ich werd hier echt noch reich. Ja, man muss den den hierhin baiten wieder, oder? Den, den, ähm, den Bär. Keule mit der Beule. Fühl ich den Call. Danke für die 10 Euro. Ich fäng noch am Zigarettenspruch. Ja, der war wirklich nicht schlecht. Schau dir die Waffe an, die er bekommen hat. Wie hieß denn der Stuff? Erdenbaum-Großschild war's, oder? Das Ding? Irgendwas mit Drachen? Boah, aber das ist ja auch ein sickes Schwert. Skaliert mit Glauben. Oh mein Gott, was ist das für ein Brummer? Es gibt schon echt fantastische Waffen in dem Spiel, ne? Er war ja fast zu entspannt drauf wie der Banzer-Copy. Bro, was ist denn jetzt mit den Donations? Los auf einmal, ey. Ey, danke für die Zap-Bomb noch, Lars, mein Bester. Gönnt meine Nippe eine Bombe. Für den Bray. Das Ding, oder? Große Drachen-Kralle. Boah, es gibt so sicke Waffen in dem Spiel. Oh mein Gott! Hab jetzt bei meiner Bank 20k-Kredit aufgenommen, um dir jeden Tag zu spenden. Bin dann in 10 Jahren schuldenfrei. Fühl ich dir gar nicht. Man muss auch einfach mal Prioritäten setzen im Leben. Danke dir, Bruder. Vertraut mir, Chad. Ihr wisst noch gar nicht, was wir für eine kranke Waffe finden werden. Unten im Magma-Gebiet. Ihr werdet die Waffe lüben. Das, was wir jetzt hier als Waffe haben, das ist ja wirklich im Vergleich nur ein Zahnstocher. Einfach nur ein Zahnstocher. Darauf freue ich mich auch. Spoiler-Tricks. Ja, auf die Waffe freue ich mich halt schon mega, ne? Mit Glauben skaliert die. Kannst du Anrufungen verbessern? Ne, du kannst nur, wenn es das gibt, die bessere Version davon finden, die halt mehr Mana kostet und mehr Damage macht, ne? Und du kannst halt dein Glauben erhöhen. Das verbessert logischerweise auch den Schaden von Anrufungen, ne? Also Wundern quasi. Und das Item, womit du das, den Zauber wirkst, also den Katalysator, wie man so schön sagt, den musst du upgraden. So hoch wie möglich. Und da steht auch dran, wie viel der, ähm, als Scaling bringt. Das zeige ich dir gleich bei meinem Zauberstab. Funktioniert das überhaupt, Chat? Bist du nicht schon voll überlevelt für das Magma-Gebiet? Ich glaube nicht. Das ist auch ein recht spät, das Gebiet. Soll das gehen, Chat, oder muss das irgendwie? Das verstehe ich nicht. Geht das, ist da auch, gibt es da auch irgendeinen Trick? Äh, nein, Mr. Funky Monkey. Den Meteoritenstab kannst du nicht noch verbessern. Muss er den öfters treffen? Ich hab ne, ich hab ne Idee, Chat. Ich hab ne Idee. Wir haben doch für unsere Arznei auch was gefunden, erinnert ihr euch? Wo es Boom macht. Das probier ich jetzt aus. Hey, Garo hat leider wieder vom letzten Date keinen Sex bekommen, sondern nur einen Finger in den Arsch. Er schreibt einfach Trash Game, du HS. Einfach so Trash Game, du HS. Mann, du HS. Mann, du HS. Alter, die Explosion braucht 32. Trash Game, du HS. Bruder, feier ich so hart, Alter. Gerade. Na, ich dachte, man kann immer in dem, äh, Ding landen, in dem, in der Luft. Aber von so weit oben anscheinend nicht. Gut zu wissen. Nimm doch mal eine Riesenwaffe für die Steine. Ähm, ich glaube, man selber kann die nicht aufschlagen. Richtig, Chat? Ich glaube, man muss immer das mit einem Gegner machen oder mit irgendwas Speziellem. Also mit einer Waffe ist einfach, geht's nicht, ne? Doch? Echt? Dann probier ich's. Oh, was war das? Rechts war noch ein großer Bär. Wirklich? Ah, stimmt. So, jetzt bin ich gespannt. Das wär so geil, wenn das funktioniert. Komm, Bruder, mach. Ach, Mann, das wär ja mal so geil gewesen. Aber nein, wieder angespuckt worden vom Spiel. Danke für nichts. Hut. Hier we go. Mann, wie soll das gehen? Prostiger. Lars, danke nochmal. Was ist da drin, ne? Meistens irgendwelche sehr selten Items oder sogar Upgrade-Materialien. Vielleicht beide Bären? Ah. Ja, Mann, ja, okay. Kann ich ja lange rumrätseln. Danke, Chat. Haben sie ihn, den haben sie echt gut versteckt. Na, also. Oh, jetzt hab ich gar keine Waffe ausgerüstet. Oh, mein Gott. Aua. Der knuddelnde Boss. Also, wie tanky die sind, ne? Es ist echt ne Frechheit. Es ist einfach ne Frechheit. Wie würdest du die Stats setzen, wenn du auf Glaube spielst? Hör, sind wir hier unten? Da, fuck. Kommt drauf an, welche Waffe du spielen willst, ne? Man spielt ja auch immer ne Waffe, die dann mit dem jeweiligen Attribut skaliert. Ähm. Und ich glaube, wenn ich dann ein Glaubenbild spiele, spiele ich mit einer, mit einer Großwaffe, die mit Stärke und Glaube skaliert. Also, tue ich dann ein bisschen in Glaube stecken, äh, ein bisschen in Stärkes stecken, dass ich halt die Waffe weithändig führen kann. Und den Rest alles in Leben und Glauben. Also, maximalen Damage für die Fähigkeiten dann quasi. korrekt, dass das offen bleibt. Komm, was ist es? Oh! Es hat sich so gelohnt, Geil, wieder ein Upgrade für unsere Waffe. Richtig pock. Geil, geil, geil. Bruder, erzähl mir jetzt nicht, wir haben jetzt hier wieder einen Aufzug, der uns unter die Map bringt. Oh ne, das scheint mir ein Dungeon zu sein. Das ist einfach mal ein anderer Dungeon-Eingang. Viel Spaß da drin. Das klingt schon wieder gar nicht gut, Bruder. So, gehen wir ganz kurz auf Toilette. Ich chippe mal nur kurz ab. Ist das wirklich ein Dungeon? Oh nö. Das kennen wir doch vom ganz, am Anfang vom Startgebiet, oder? Man kann zwei Schwerter gleichzeitig führen, ja. Wie viele habe ich jetzt noch? Noch vier Stück, man, holy shit. Bro, das sieht so krass aus, Todespest. da kann man gar nicht böse sein, wenn man davon stirbt, weil das so heftig ist. Junge, Junge, Junge. Hab gestern mein erstes graues Shamha entdeckt. Bin deswegen aber lange nicht so ausgetickt, wie die anderen Leute im Fahrstuhl. Jetzt geht die Scheiße wieder von vorne los. Die Baumwächter nehmen mich seit eine Stunde von vorne und hinten. Wo denn, Bruder? Meinst du, dieser Doppelfight? Du kannst den einen weglocken. Und dann kannst du den anderen machen. Ich würde dir empfehlen, erst den linken mit dem großen... Genau das Ding wollte ich noch anschauen. Oh mein Gott, ist das eine krasse Waffe. Oh, die ist sogar recht schnell. Geil. Der linke mit dem großen... Der linke mit der großen Stabwaffe. Den zuerst. Also ganz, ganz stark, Chad, wie viele geile Waffen es in dem Spiel gibt. Die müsste man alle mal spielen. Man müsste gefühlt mit jeder Waffe mal einen Run machen. So, ich glaube, hier diesen Dungeon, den machen wir ein andermal. Weil ich glaube, das Gebiet hier ist ein bisschen pepeger. Geh jetzt auf Toilette bis gleich. Wann kommt eigentlich mal wieder ein W3? Ich glaube, das wäre geil gewesen. Da genau für die Donation. Also ich weiß nicht mehr, wie lange ich jetzt mache, Chad, noch. Das macht halt einfach so Spaß und ich bin auch hellwach, wenn ich heute kein Level abzippt habe. Montekuchen direkt. Vier Uhr, jepp. Vier Uhr jetzt nicht unbedingt, aber ja, mal gucken. Mal schauen, Bré. Macht halt einfach unendlich Laune das Game. Nein, zwölf Stunden auch heute auf keinen Fall, Chad. Zwölf Stunden auf keinen Fall. Es sind erst acht live. Das wäre bis früh um sechs, Alter. So. Also, wir merken uns hier unten, haben wir noch einen Dungeon. Grab des Helden von Arruzia. Ach, Chad, seid nicht so gierig. Ich bin seit vier Tagen quasi dauerhaft live. Hört auf, hier zu attackieren. So, was wollte ich machen? Erstmal das Upgrade. Das wohlverdiente. Oder haben wir sechs Stück davon gebraucht? Sub wird nicht verlängert. Ah. Komm, eine Stunde. Da freue ich mich doch schon wieder auf deinen guten Kollegen, Mr. Freedom's Geist. Du wolltest doch zum Assassinen. Was meinst du denn, Michael? Welchen Assassinen? Oh. Oh, einer fehlt noch. Rip. Der in den Katakomben. Assassine? In den Katakomben? Meinst du, hier irgendwo? Ich weiß gar nicht, wo du meinst, Michael. Der Unsichtbare. Den habe ich doch vorhin gelegt. Ah, den meint Michael nicht. Der war ja dabei. Oder war es wieder kurz AFK, Michael? Gab es nicht noch einen anderen? Ne, ich glaube nicht. Die Echse. Oh mein Gott. Wo war denn die Echse nochmal? Meine Freundin hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder sie oder Elden Ring. Hab sie gedodged und sie hat einen Schmiedestein gedroppt. Bruder, hast du nicht gedroppt? Bro, sie hätte halt auch einfach... Sie hätte halt einfach eine dicke Bossseele droppen können, ne? Chat, strengt eure grauen Zeilen an. Was glaubt ihr, gegen was ist diese Kristallechse anfällig? Feuer? Na, die sieht ja auch... Die sieht ja aus... Wie... Alter, ich habe eine Blitzasche gefunden. Wie geil. Wann habe ich die denn gefunden, Chat? Die sieht aus, als wäre sie aus Stein. Sie ist auf jeden Fall mega gegen Blutung und Magie. Immun. Wir probieren es mal mit Blitz, oder? Geoschaden wahrscheinlich. Alter, Chat, wir haben jetzt einfach sogar Blitzdurchwirkung. Geil, oder? Geil, 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 geil. Wenn sie aus Stein ist, dann Papier. Hilfe! Boah, wie geil das aussieht mit dem Blitz. Ey, ich bin so... ...in... ...love mit dem Game. Ich hoffe, ihr auch, Chat. Ich hoffe, ihr auch. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt mit dem Talisman hier so weiterzock. Der Talisman gibt 16 mehr Leben. Glaubt ihr, 16 mehr Leben ist Worth? Ich glaube nicht, oder? 16 mehr Leben. Hm. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Also, am Anfang schon. Ne, das ist ja Leben flat. Recht früh im Spiel ist 16 Leben dann schon. Kann den Unterschied machen so. Aber ich glaube, jetzt nicht mehr. Okay. Wollte doch nur mal die Active sehen. Ah, ja. Okay. Jawohl, Blitz ist, glaube ich, effektiv. Dann, ja, sieht das weh. Bro, was ist das für ein irres Viech, ey. So eine ehrenlose Scheiße, das Viech. Bro, ich muss hier richtig dick reingehen in die Heal-Flaschen. Boah, 11 Flaschen haben wir schon. Überleg mal. Sick. Ey, viel Glück. Danke dir, mein Bester, für den Host, Mann. Schönen Abend an deine Community. Ich hoffe, du hast wieder richtig schön auf der Bot-Lane rumgeintet. So wie immer. Wir werden hier gerade noch ein bisschen von ein paar Bossen verprügelt. In Eldring. Aber ich hatte den fast, Bro. Trust me. Ich hatte den fast. Bro, was für vier Tage gottlos Elden Ring hintereinander gezockt. Und direkt morgen geht's weiter auf ehrenlos angelehnt. Bro, was soll die Scheiße, Mann. Oh, was greift mich denn hier an? Du Schwanz, du. Zeig ihm unsere Nasen raus. Ey. 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 Das war's für heute. Ach, Mann. Der macht deutlich weniger Schaden an mir wie früher. Oleg würde... Oleg würde carryn, meint ihr? Ich glaube, das Ding verprügelt unseren Ehrenbruder Oleg einfach. Ähm, welche Klasse? Ich habe als Samurai gestartet und dann auf Magier umgebaut. Und die Rüstung, die ich anhabe, ist von... Chad, wo haben wir die bekommen? Aus dem Assassinen-Dungeon? Das ist auf jeden Fall echt eine geile Rüstung, Mann. Bin in love mit der Mache auf Eis, die Waffe. Auf Eis habe ich, glaube ich, schon probiert. Ich glaube, auf Eis war nicht so gut. Aber wir probieren jetzt noch ein-, zweimal mit Blitz. Wir können Eis noch ausprobieren. Aber ich glaube, Eis war auch nicht stark gegen den. Was halt an Eis auch gut ist, das kann man hochstacken. Die Rüstung hat sogar Bonusschaden, wenn man aus der Luft angreift. Also wenn man so Sprungangriffe macht. Okay, Chad. Ich ruf Olet. Aber ich glaube, Olet wird einfach tot gekriegt. Seuchen-Gläfe. Alter. So geil, dass manche Gegner auch richtig nice Items machen. Irgendwie sieht die Waffe auf Blitz geil aus, oder? Wehrenlosen Hunde. Bro, wie viel Damage diese fucking Tausendfüßler machen. Es ist einfach geisteskrank. Es ist wirklich geisteskrank. Wann kommst du zum Boss, der Reaper so geschlachtet hat? Das weiß ich nicht, Bro. Ich lasse mich ja auch nicht spoilern. Das ist das Gute. Die Bosse sind auch so gut versteckt. Was wollte ich gerade schauen? Scheiße, irgendwas wollte ich gucken. Ach so, die Waffe, die ich bekommen habe von denen gerade. Seuchen-Gläfe. Gibt es eigentlich Gift in dem Spiel-Chat? Also, dass man Gift benutzen kann selber? Außer diese... Ich glaube, einen Zauber, wo man seine Waffe mit Gift durchwirken kann. Seelen-Ball. Ja, nur 5K, das ist jetzt nicht so wild für uns. Bro, ich finde meine Waffe nicht. Wie viele Spielstunden habe ich schon? Oha, fast 40 Stunden in dem Game. 39 Stunden, 24 Minuten. Bro, 39 Stunden in 4 Tagen. Und ich lüge dich nicht an, Bruder. Nicht eine Sekunde habe ich mich gelangweilt. Das Spiel ist so ein absolutes Meisterwerk. Es ist unglaublich. Wann ich morgen online kommen, weiß ich noch nicht. Ich habe morgen Sport. Ein bisschen was Business-Misnes, aber bei Zeiten. Dann müssen wir noch eine kleine Reaction-Session machen, damit der Cutter nicht unter der Brücke landet. Und dann gehen wir wieder gottlos rein. So gut ist es jetzt auch mal wieder nicht. Ach komm, Bruder. Wir können nichts dafür, dass Mama dich nicht liebgehabt hat. Was sind das für Attacken, Bro? Ich glaube, das ist einfach wieder so ein Boss, wo man Ausdauer beweisen muss. Och Mann, das nervt. Wirklich, es nervt. Ist das ein hässliches Viech. Aber sehr geil, dass wir jetzt einfach auch eine Blitzdurchwirkung haben. Ah, wartet mal. Ach, Digga, ich schau dir das an. Was soll die Scheiße jetzt mal ernsthaft? Verstehe ich das richtig, Chat? Wenn ich diese aktive Fähigkeit benutzt habe, dann bleibt meine Waffe danach mit Blitz stärker durchtränkt, oder? Blitz sieht echt krass aus, ja. Blitz ist echt sick, Mann. Geiler Scheiß. Ich hoffe auch, man findet später noch dunkle Pyromantie. Habe ich auch immer gefeiert. Guck mal, wie viele Heal-Dinger die einen abziehen, bevor man überhaupt beim Boss ist. Dann muss ich das mir jetzt mal benutzen. Vielleicht knallt es dann... Bro, ich raste gleich aus. Warum ist hier nicht einfach eine Statue? Bro, das ist wirklich... Es macht keinen Spaß, Alter. Ja, cool, dass man mal angreifen kann, Bruder. Wirklich cool ist das. Wirklich cool. Also wirklich, ey. Wirklich frech. Einmal, Digga. Dann scheißt du auch wirklich. Das Viech mache ich irgendwann ganz am Schluss vom Spiel. Ist ja einfach wirklich lächerlich. Einfach lächerlich. Das Drecksvieh hat mich drei Stunden rumgerächt und manchmal auch seine drei Schrimpf-Freunde, diese Gottlosen. Die haben scheinbar mich zum Leveln benutzt. Bruder, das war die geilste Donation, die ich je gehört habe, Digga. Geil, Bruder. Grüße geht raus. Und ja, der hat auch noch ein paar so ähnliche Viecher, die so ähnlich abfacken. Ja, ich rufe jetzt Oleg. Alter! Hier habt ihr Ehren, Bruder Oleg. Ah! Ah! Also mein, der hat uns perfekt... Ah! 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Gabi! Man sieht halt nichts. Mehr lässt mich irgendwie an die Schildkröte von Atten auf die Hecke kleiner als drei kleine Schatten. Oleg, Gabi! Oleg, Gabi! Oleg, Gabi! Oleg, Gabi! Oleg, Gabi ist es einfach. Oleg, Gabi ist es. Bro, wie stark der ist. Wie viel der aushält. Junge, wenn wir eine Linie Stufe 6 finden, dann fickt der alles. Dann macht der den Endboss des Spiels alleine. Bro, das hätte ich niemals gedacht, dass wir den schaffen, man. Holy shit. Kranker Scheiß. GG's. Ey, ohne Scheiß. Der Wahnsinn. Nur 7k. Naja, scheiß drauf, Digga. Chat, wenn ihr diese Beschwörung findet. Diese Beschwörung. Oder wie viele Items es gibt. Diese Beschwörung. Asche des verbannten Ritter Oleg. Und die upgradet mit diesen Gräberlilien bei der Frau in der Tafelrunde. Alter, der Typ ist ein Game Changer. Wie fucking stark der ist. Ehrenbruder Kürbiskopf ist mega tanky, aber der haut auch noch Damage raus. Last Key für heute. Ja. Und der Blitzcall war auch gut. So, Keyword ist Oleg Abi. Oleg Abi. Zusammengeschrieben. Nein. Also so wie ich es geschrieben habe. Ich glaube, ich habe es falsch geschrieben. Nein, ihr schreibt es falsch, Chat, mit Y. So. Nicht mit I, mit Y. Ah, scheiß drauf, Digga. Das ist wirklich ein Game Changer Spell. So. Wir haben doch irgend so ein hohes Craft Material bekommen, ne? Ah. Stufe 7 haben wir schon, äh, Stufe, doch. Stufe 7 haben wir schon 5 Stück. Das heißt, sobald wir genug von denen haben, können wir mindestens ein Upgrade, ein Upgrade davon uns auch noch können. So. Wie spät ist es? 2 auf 15. Schlafrhythmus. Kennt man. Kennt man und liebt man. Kappa. Jetzt die Frage, hier rein? Hintereingang oder da rein? Lucia mal hinten rein. Von hinten ist immer gut. Auf Blitz hat es nicht mal ein Magi-Scaling, sondern Geschicklichkeit. Mir fehlen bestimmt noch voll viele Aschen. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, der Palast. Wir sind jetzt hier hinten rein, ne? Hier vorne haben wir auch einen Bonfire. Und hier gibt's safe auch noch irgendwas. Irgendwie vielleicht über den Palast. Also hier lang, so oder so. Und dann hier oder so. Hier gibt's safe auch was. Das ist auch in dem Spiel gut gemacht, Chat. Die Gebäude, die immer auf der Karte sind, die sind nicht einfach nur da, damit sie auf der Karte gut ausschauen. Sondern so viel ich jetzt mitbekommen hab, man kann überall, wo man auf der Karte Gebäude sieht, kann man auch hin und rein. Hab ich einen Gravitationszauber benutzt? Äh, gefunden? Ja? Okay, dann port ich mich nochmal zurück. Hab ich gar nicht drauf geachtet, weil wir so viele Items eingesammelt haben. Aber gut, dass ich den alles sehenden Twitch-Chat dabei hab. Zauber. Hä? Habt ihr euch mal geschaut? Kein Spell bekommen, oder? Bro, wie viele Zauber und Wunder ich allein schon hab. Und es gibt bestimmt auch so viele mehr. Ich freu mich schon, Glauben auszuprobieren. Ein saftiges Glaubenbild. Ey, wir müssen für den Big Komet einfach Weisheit 52 haben. Welcher Ring spielt das in Herr der Ringe? Das hat mit Herr der Ringe gar nichts zu tun, Bro. Waren Gravitationssteine. Also irgendwelche Schlüssel-Items oder was? Nordische Mythologie. Los noch aus, Shed 640 noch im Pool, der Rest schläft. Geiles Playstation-Bild. What try you doing, Step, Bro. Du hast gewonnen. Viel Spaß mit deinem 50 Euro Level-Up-Gutschein. Mein Mod, Michael, schick den Key dir her. Twitch, direkt Nachricht. Viel Spaß damit. Puss. So, letzter Aufruf des Tages-Chat. Die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, bekommen haben aktuell noch 30% bei Level-Up. Auf alles mit meinem Gutschein-Code. Hello, Tricks, falls ihr euch noch was gönnen möchtet. Vielleicht mal ein Starter-Paket auschecken oder so. Ja, bis 10 Uhr noch. Bis 10 Uhr ist der Code noch erhöht. Ah, stimmt. Klangperle. Habe ich sogar mittlerweile zwei Stück. Die müsste ich mal der Händlerin bringen. Oh mein Gott. Wie schön dieses Spiel ist. Einfach hier diese aufgerissene Mauer. Wunderschön. Da vorne steht irgendwas Komisches. Was ähnliches oder so. Meisterwerk das Spiel. Meister, Meisterwerk. Was ich auch so geil finde, wie gut die Gebiete... Das hat aber From Software schon immer drauf gehabt. Wie gut die Gebiete miteinander verbunden sind. Meistens gibt es drei oder mindestens zwei Wege, die so zusammenführen. Das bestätigt, dass es nur weiße Magie gibt. Es gibt auch Gravitationsmagie. Oder meinst du jetzt so schwarze Magie? Schwarzes Feuer und so? Ich merke, dass ich heute kein Level abgezippt habe, Chat. Hey, wieder falsch gelaufen, oder? Bro, ich laufe nie auf Anhieb richtig. Leute, man kann ja auch Stuff kaufen. Oha, erhöht eure Weisheit. What the fuck? 7.000, 7.000... 14.021... Für 31k die komplette Rüstung von der... Von der Boss-Gegnerin. Zeig mal her, den Lachs. Leute, guck mal, das Item-Chat erhöht die Weisheit zulasten der Ausdauer. Und das erhöht einfach so meine Weisheit. Und zwar um 3. Ah, oh nee, Digga. Oh no. Warum muss es wieder so unendlich wack aussehen, Alter? Och, dicker Mann. Was ist das? Scheiße. Hals, Maul. Vielleicht, wenn man eine Frau ist und die andere Rüstung dazu hat. Ach, Bro, das geht ja gar nicht fit, Alter. Das geht ja gar nicht fit. Klangpferle anbieten. Oh, jetzt kann ich schon Schmiedsteine bis Stufe 4 bei ihr kaufen. Und 3 Runenbogen noch auf Tasche hat sie. Für 3 Punkte würde ich das Ding abnehmen. Ja, vielleicht können wir gleich am Bonfire... ...das anpassen. Wenn nicht, dann ziehe ich den Lachs auch aus. Vielleicht, wenn ich als Magierin komplett mich nochmal wiedergeboren... ...wiedergebären lasse. Gibt's das Wort überhaupt? Und dann komplett auf Magie gehe. Dann nimmst du die 3 Punkte mehr halt noch mit. Oh, Hallöchen. Dicke, wie ich aussehe. Hau, Hallöchen. Haha. Ich bin hier, ich kann die Wunschung mir selbst verletzend. Und so, die mitgeklafen ist. Ich werde mich wegziehen, um eine Art, um den Mischung zu sehen. Oh, sie geht. Gerni, Lordrixx. Och Mann, sie geht schon. Wir hätten uns ja irgendein geiles Item noch droppen können. Kleidung anpassen. Nein, ich kann den Kopf nicht anpacken. Der wird ausgezogen. Weg. Scheiß auf die drei. Scheiß auf die drei Magiepunkte, Bruder. Weg, weg das Horn. Yo, wie schön sieht das denn aus. Oh mein Gott, die riesige Drachenstatue. Ey, wow, Mann. Das Game ist so fucking wunderschön. Shortcut wahrscheinlich. Ich sehe mir auch wieder aus, als hätten die hohe magische Resistenzen. Da, fuck. Wo willst du hin, Bruder? Wir geben aber gut Seelen dafür, dass sie Three-Hits sind. Was soll das für Viecher sein, Alter? Oh, lecker. Die Armen wehrlos sind. Die sind nicht wehrlos. Die greifen mich doch an. Beziehungsweise sie versuchen es. Au. Oh, 3K. Ich glaube, bei dem kann man bestimmt ganz gut Seelen vor Amt-Chat. 3.000 und der wehrt sich nicht mal richtig, oder? Was meint ihr? Ach du Scheiße. Alter, macht der einen Damage. Aber ganz gut, jetzt kann ich nochmal Magie mitnehmen. Äh, nicht Magie mitnehmen, sorry. Nochmal auf, ähm, Loot umskillen. Was kann man mit dem Runenbogen machen? Ich habe leider nicht mehr so viele, sonst würde ich es dir zeigen. Äh, wenn du den plopst, dann, ähm, dann löst du den Effekt aus deiner Boss-Rune, die du ausgerüstet hast. In meinem Falle, ich habe die von Godric ausgerüstet, erhöhen sich meine, meine ganzen Stats um 5. Das heißt, ich kriege einfach 40 Level dazu. Auf dem Papier, weißt du, wie ich mein? Mein Leben ist erhöht, mein Mana, jeder Stat halt um 5. Und das ist mega krass. Aber halt nur bis zum nächsten Tod. Also mehr Damage mache ich jetzt nicht irgendwo unbedingt, ne? Ich glaube, mit Magie habe ich doch mehr Damage gemacht. Aber die 3K lasse ich mir nochmal schmecken. Lootung ist halt einfach gegen Menschen so krass, ne? Da machen die Menschen nichts gegen. Lootung zerberstet die einfach. Oh mein Gott, wie schön das hier aussieht. Wow. Wow, wow, wow. Der Brille sieht aus wie meine Oma. Da, fuck. Taktischer Rückzug. Nice. Knallt. Ey, ich bin so hyped, dass wir dieses Medaillor haben hier. Das Maragd-Bernstein-Mega-Medaillor. Feier ich mies ab. Ach, jetzt sind wir hier wieder, hä? Ah. Okay. Logischerweise läuft man hier dran vorbei. Alles verbunden. Okay. Aber wo geht's jetzt weiter? Soll man nach unten springen? Immer noch der Hauptbauers Radar an. Wo soll der denn sein, Bro? Überlebt man das? Alter, machen die Damage. Die Damage. Was ist das? Bro, die hauen alle wieder so einen gottlosen Damage raus. Äh, Susan, danke noch für die 1000 Bits, Mann. Vielen Dank. Ich nehme wieder meinen Magie-Schaden auf der Waffe mit. Nochmal ein bisschen extra Seelen-Farm. Hm. 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 Das ist ja eine Sie. Komm rein, Raigeki. Hä? Hä? Chatter, habt ihr gesehen? Warum hat der jetzt so viel gegeben? War das ein Berechnungsfehler? Hä? Hä? The fuck? Fuck. Warum? Aber davor hat der doch eine Vorkasse... Aber davor hat der doch nur drei gegeben, oder? Bro, what the fuck? Hä? Hä? Streifen weißes Fleisches. Hä? Ich will die Waffe verdienen! Ich will die Waffe verdienen! Wüß! 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 Oh, hier ist ein Aufzug. Wüß! Das ist voll süß, die Armen! Ja, Cubic stellt mich jetzt wieder hier als den Bösen dar. Danke dir, Bruder! Scheiße, ich habe keine Mana-Flaschen dabei, ich halt... Ich habe keinen Freund, hatte ich den Ball noch belong. Okay, nehmme ein Tochter... Ah, shit, ich habe ja meine Seelen noch nicht. Warum werden die so nicht gebräst? Ich habe immer so das Gefühl, Chad, wenn man in so Gebieten ist, wo sich Gegner nicht wehren, dann rechnet das Spiel sich das in so einem Karma-Konto aus. Und je nachdem, wie viele wehrlose und unschuldige Leute du umgelegt hast, desto mehr haut dir dann der Boss auf die Lichter. Die sind gebrochen, ja, kann sein. Ich töte selbst die, die auf dem Boden schillen. Na klar, Bruder. Doppel-K.O. Och, Mann, oh. Hm. Minus 30.000. Und da liegen 20.000. Jetzt will ich nochmal den Typ da gucken. Mana-Flasche, ja, guter Call, sehr guter Call. Jetzt bin ich gespannt, ob der wieder 16k gibt. Digga, jedes Mal, wenn ich die ein Item droppen, lusche ich, ob es vielleicht die Waffe ist von denen. Horn des, Horn des Gesandten. Glauben 16. Hä? Da fuck? Hä? Da fuck? Ich habe, glaube ich, habe ich nicht einen, habe ich nicht einen Talisman für Glauben erhöhen? Ja. Ja. Bruder, beste Leben. Ja. Bruder, beste Leben. Ja. Digga, halt's Maul. Minus 20k. Ganz toll wieder. Jetzt habe ich alles gesehen. Meme Run. Damit das ganze Spiel. Jeden Boss legen. Nur mit den Bubbles. Minus 50k, ja. Ja, das schmerzt. Aber in dem Gebiet gibt es gut Seelen, von daher. Kann man hoffentlich noch verschmerzen. Das Geräusch werde ich heute im Schlaf hören. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü so ein Damage auf einmal raushaut. So einen Ehrenlosen sogar. By the way, Chat, den Talisman, den ich jetzt angelegt habe, das ist ein guter Talisman. Fünf Glaube erhöht er. Das ist nicht wenig. Dieser eine Hut, der hässlich ist, er ist fuck, gibt gerade mal drei. Also man hat echt einiges an Talismanen, oder wie auch immer die Mehrzahl ausgesprochen wird, zusammen. Und ich habe wahrscheinlich voll viele noch nicht, ja, gefunden. Die sind sogar richtig gut sortiert. Und ich habe das, eine Person, die ist krank, und ich habe dich nicht. Ich habe mich nicht. Also, ich habe dich nicht. Jetzt hat er nur wieder 3k gegeben. Verstehe ich nicht. Wie viele kann man tragen? Das weiß ich nicht. Aber einer im Chat meinte, dass er schon vier Slots hat. Man bekommt die meistens als Belohnung. Von der Fingerlaserin in der Basis. Jeder Gegner gibt so viel Seelen. Einfach schon wieder 10k Seelen zusammen, Digga. Ihr könnt euch den Spot hier merken, Chat. Wenn ihr easy 3000 Seelen farmen wollt, wenn uns mal Geld fehlt, oder als Beispiel, ich will mir jetzt unbedingt diese Runendinger kaufen, bei dem Typ kann man easy Seelen farmen. So geil, dass man so viel Gameplay-Freiheit hat, dass man einfach hier rumspringen kann, wie man lustig ist. Boah, so voll gespappt den Arm. Schaut euch an, wie groß mein Ausdauerbalken einfach ist. Imagine jetzt noch eine Groß- Groß-Hand-Waffe. Warum nicht die 25k geholt? Die sind doch weg, Bro. Die sind doch weg, Bro. Was die alle für ein Damage machen. Oh Mann, ey. Ja, den Schildkröten-Talisman habe ich. Den habe ich sogar auch an. Auch sehr geil. Habe ich mir auch sehr gefreut, als ich den gefunden habe. Ich würde sagen, Chat, ich glaube, das Gebiet ist nochmal deutlich größer und anspruchsvoller. Ich glaube, ich mache mich jetzt rar. Wir machen morgen im Stream auf entspannt weiter. Und weiter, du kleiner Bläser. Raute Blase Tricks. Raute Blase Tricks. Alles klar. Weil ich will ja das Gebiet komplett alles erkunden. Du bist zu früh da. Meinst du echt? Vielleicht erst in einem anderen Gebiet weitermachen? Schau mal einfach morgen im Stream auf gemütlich. Urge serv intra. Untertitelung des ZDF